Ich bin Dr. Karel Schreindorfer, ein Endodontist, der für Würzelkanalbehandlungen mit Mikroskop in der Diamant-Landzahnklinik zuständig ist. Die Würzelkanalbehandlung ist heute eine der beliebsten Konservierungsbehandlungen, mit deren Hilfe die Entzündungen in den Zähnen beseitigt bzw. die Gesundheit der Zähne noch jahrelang gewährleistet werden können. Das Zahnmikroskop hat die Würzelkanalbehandlung dank der bis zu 30-fachen Vergrößerung in eine neue Dimension erhoben. Während der mikroskopischen Vergrößerung können die komplexen Würzelkanäle gut beobachtet werden, und das zu Entfernen der Gewebe bleibt nicht unbemerkt. Mit einem Mikroskop kann viel mehr gesehen werden, sodass wir sogar solche mikroanatomischen Strukturen sehen können, die eigentlich kaum sichtbar sind. Dadurch können verschiedene, schwierige Behandlungen durchgeführt werden, wie zum Beispiel Entfernen von eingebrochenen Instrumenten, Würzelkanalbehandlung durch Krone, Ersatz alter Würzelfüllungen. Das Diamandent Institut für Zahnmedizin bemüht sich immer, die neunsten Geräte und Verfahren unter den ersten zu besorgen bzw. anzuwenden. Die innovativen und modernsten Technologien in unserer Praxis gewährleisten, alle Zahnbehandlungen inklusive Würzelkanalbehandlungen angstfrei und schmerzlos durchzuführen. Ich warte ganz herzlich auf Sie und hoffe, auch Sie bald unter meinem zufriedenen Patienten begrüßen zu können. Das Diamandent Institut für Zahnmedizin Das Diamandent Institut für Zahnmedizin Das Diamandent Institut für Zahnmedizin